Hallo, ich heiße Marius Kalaniatis und bin 13 Jahre alt. Außerdem gehe ich in der 8. Klasse der Anarita Modellschule. Meine Traumserfindung ist die Superbrille. Die Superbrille besteht aus zwei Knöpfchen, zwei Scheibewischern und der Brille. Am Bügel der Brille gibt es kleine Batterien, damit die Superbrille funktioniert. Aber wie funktioniert die Superbrille? Wenn man die Knöpfchen drückt, putzen die kleinen Scheibenwischer die Gläser der Brille. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Superbrille zu machen, weil wenn meine Mutter den Backofen aufmacht, die Gläser ihrer Brille sich beschlagen. Man kann die Superbrille auch benutzen, wenn es regnet. Wenn es eine Brille wie die Superbrille gäbe, wäre der Alltag der Menschen leichter. Superbrille! Yeah!